Spitfire und zwar 1500 Kubik aus dem Jahr 78 75 Späß sehr schön, man sitzt kurz über dem Asphalt und hat tolles Caprior Feeling Triumph Spitfire und hier ein Messerschmitt Kabinenroller 200 mit oder ohne Rückwärtsgang mit sehr schön, die ersten hatten nämlich keinen Messerschmitt Kabinenroller, Dreirad man sitzt hintereinander und hier haben wir einen V8 Mercedes SSK Nachbau Excalibur den Kuli dürfen Sie behalten ein Excalibur er ist aber stilistisch dem Mercedes SSK nachempfunden aus dem Jahr 74 7,4 Liter V8 sehr schön, ganz toll eine Sonderanfertigung Excalibur gab es auch nicht viele 193 mit diesem auch eine Rarität Excalibur ein Applaus von Galaxy GALAXY grüß dich Galaxy Convertible Baujahr was ist er? 65 war ein tolles Fahrzeug Geld w w w w